Herzlich Willkommen zurück Leute! Moin und Moin für Remastered, Freezy und Items gegen Dado, Sprühe und Sachse! Hallo! Guten Tag! Wir sehen jetzt erst, wer den Nachteil bekommt im Team, oder was? Ist doch okay so, 3 gegen 3! Ich wollte gerade sagen, die Teams waren gerade... Ja, sorry! Hörli, du hast ausgewählt, oder? Jetzt ja! Weil mit Auto Select müsstest du in den Opfer reinkommen! Nee, ich habe Auto Select gemacht! Hörli, mach schon das Gegenteil! Ja, wir machen das! Freezy aber bitte einmal anstrengen, ja? Du willst doch noch eine gute C&D-Runde hinkriegen dieses Jahr! Nein, Freezy tritt jetzt eine Granate! Ich finde es gut, dass ich da gar nicht angesprochen werde! Ja, Items von dir weiß ich, dass konstant gute Leistung kommt! Ja, ey! Warum sind denn die Gebäude rot markiert auf der Mähne? Weil Freezy ist das immer anders! Wobei man muss schon sagen, dass Items Leistung auf jeden Fall konstant ist? Aber nicht anders! Und Freezy ist wechselhaft! Ja! Das stimmt sogar! Manchmal kackt er ab! Granate geworfen! Deswegen Freezy, jetzt bitte eine gute Runde! Sehr gut! Gute Anfragen Sachse! Sachse! Warum haben wir die Map nicht schon vorher gespielt? Ist doch cool! Was? Ich habe einfach nur eine Granate in die Richtung geworfen! Ich habe alle Items sehr konstant! Das ist doch ein Bubus! Ich habe mir nie behauptet, ich bin ein guter Spieler! Ich finde es trotzdem gut, mitspielen zu dürfen! Da los bei den Gebäuden, da bei B! Ich bin an den Gebäuden, Leute! Veränderungen! Werden wir nie finden! Also... Freezy calls! Ich sehe nichts! Ja, das ist ein guter Call! Dann wissen wir schon mal, dass nichts kommt! Sachse sind auf Crash unterwegs! Vorsicht! Ein bisschen Gunter am Recht! Ja! Ich bin nicht so schnell! Ja! Nur wenn du gegen mich spielst! Ne! Da treffe ich dich ja nur mit Granaten! Weil er auch wieder war! Ja! Ist Sachs eingeschlafen? Ne! Also... Ach ne, ja! Wir müssen... MussteBombe! Wo liegt sie denn dort... Was? Hä? Wenn der jetzt trifft! Er war da oben! Er war sogar oben! Ja! Ich habe ihn doch auch gesehen durch den Geschissen! Ja, Luke, er kann in die Luft stehen! Ich fliege gerade, der ist so abgehoben, der limitiert ist. Oh, hier, Piu, Surprise. Boah, da ist aber ne schöne Lichterkette, einmal ums Fenster rum. Mal sehen, ob ich jetzt nen Gegner mal irgendwie sehe, oder irgendeinen Fighter, wäre ganz cool. Moment, ist das ein anderer Spawnpunkt? Den Spawnpunkt gibt's auf Crash nicht, oder? Also genau der Spawn, an dem wir gerade standen. Das war ein guter Punkt. Ah ja. Oh, der nicht. Alter! Jeder, acht Dreigammer und das Perk zweimal. Dann hörst du oben auf dem Dach. Wie kann der durch die Mitte kommen? Es gucken zwei Leute von euch in die Mitte. Zwei Leute gucken von denen in die Mitte. Unhöflich, sagst du. Verkehrt einiges. Joll, ey. Er hat doch mein Headset falsch rum auf. Ja, die Pizza hatten meist recht. Ach, sei ruhig. Er schon da. Boah. Da war Teamwork. Der hatte sein Headset falsch rum auf. Ja, das was liegt, so hab ich rechts gehört. Nee, erzähle nicht. Nein, er kann es ja auch andersrum falsch rum auf und kann mit dem Bügel nach oben. Ha, 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 ha. Frizi hat immer ein Problem bei der Headset-Wahl, weil das alles nicht immer so gut ums Inpasst. Und so, das muss schön weich sein. Nein! Der ist schon im Haus. Oh, Milo. Da hab ich nicht mitgerechnet, Items. Early, Mann, meine Fresse. Die Scheiße ist geflogen. Mann, so die Fliegen. Ey. Na doch. Läuft bei euch. Drei Runden, zweimal geteamkilled. Echt jetzt? Ja. Na gut, der erste Ticker wirst du selber dran schalten. Nein! Doch, bisschen die Granate gelaufen. Die hab ich schon drei Minuten vorher geworfen. Die hatte halt scheinbar Zeit sind doch, genau. Wo war der? Ah, unten Haus. Ja, er ist oben drin. Hat gut an der Bombe kassiert. Er hat auf dem Dach. Er nuckelt gerade an ein paar Schüssen. Und... Ich... Recover... Scheiß springen, ey. Man kann das... Man recovert vom Springen einfach nicht. Da konnte ich mich nicht mehr... Ich konnte nichts mehr machen in dem Moment, nach dem Springen. Die Bandkontrolle. Ba-boing. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Suchen und zerstören. Aber gegen einen mehr zu spielen ist halt auch schwer. Ihr spielt gegen einen weniger. Nein. Nein. Das war schon richtig so. Das war schon richtig, ja. Bei, Leute, bin ich am Baum. Einer durch, zwar. Müll, äh, bei Early, zu Hause. Äh, noch einer? Liegt's halt gar nicht. Einer war bei A und der andere war noch hinten bei der Terrorseite da. Oh. Oh, oh. Oh, Drohne. Ja. Können A planten. Einer ist Crash, einer ist direkt beim Crash da. Go, 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 go. So lange wir die Drohne noch haben, zieh durch. Einer ist beim Flugzeug da. Die Bombe wurde platziert. Einer ist auf dem Weg. Hallo, Baum, da, Baum, da. Hallo, Baum, da. Hallo, Baum, da. Na so. Sagst du, warum hast du keine Tubes mehr? Äh, die hab ich zwei in den Spawn rei geiracht. Siehst du was, Freezy? Na ja. Vorm A auf. Warte, hörst du gleich? Jetzt knallst du gleich im Hintergrund. Da ist Hupe. Okay, okay. Das war gut, das war gut. Item sehr konstant momentan, find ich gut. Ich hab halt neugierig. Okay. Ich hab immer wieder neugierig getroffen, Alter. Alles gut, Alter. Rommelor, Rommelor. Garnatengelumpen. Nein. Oh Gott, wie weit kann man an dir vorbeischießen, ey? Irgendwo Mitte. Einer ist oben bei A drin. Könnte aufm Dach sein. Na doch, komm runter da. Hat gefressen. Hat nochmal gefressen. Er ist genau in der Mitte. Oh, okay. Ah. Hallo, die Symbale aufm Weg zu dir. Chill weiter. Chill. Alles gut. Das lustige war das... Hier kommt Santa Claus, hier kommt Santa Claus. Nein. Ich dachte das war Early. Er ist oben im A Haus. Er ist oben im A Haus. Krass. Die Zeit wird klapp. Schieß doch mal. Er ist oben im A Haus. Er ist oben im A Haus. Er ist oben im A Haus. Nein, ich habe das ja extra gesagt. Ach so. Also ich dachte Kunan hatte ihn vorher schon gehört. Da höre ich ihn. Ja genau. Ja. Mein Gott. Die Tube hat sich dann da an den Arsch gesteckt oder? Ich habe eine Granate geworfen mit Dallung gewusst wo ich stehe. Die Tube ist nicht mal explodiert. Die ist in nirgendwo gelandet. Ja. Da wird sich wohl so denken wisst ihr. So im Wohnzimmer werden keine Tubes gezündet. Ich weiß es nicht. Da gibt es ja auch Regeln. Abdaahlo. Heiland Maria, die scheiße. Bitte was. Heiland Maria, die scheiße. Das ist erst mal der Kursche groß gehabt und das ist dann. Ja sicher. Ich glaube oben auf dem Agehen. Wooh Kunan. Okay. Ja du standest da ein bisschen offen. Wir sind die Hunde hollt. Jetzt wird es krass. Freue mich drauf. Gerade. wir brauchen die drohene items roger ups da ist keiner tschüss erst beim auto und der im spawner ich glaube der hat noch einen gekauft doch der einfachste ich hab dich noch nicht gesehen gab du hast schon geschossen bevor ich nicht sehen konnte ja weil ich über die wand einmal drüber gesprungen bin und dann schon gefreert habe was ist das denn das wäre auch wieder ein blindgänger gewesen theoretisch wäre das ein blindgänger gewesen aber diesmal funktioniert das immer ganz gern nicht tut mir leid menschen wir haben die bombe alles gut mal weiter so frizzy geht das ja lang frizzy hat es gleich alte komm mal da raus was soll das eigentlich weißt du mal in einer geheimen mission und du so ich hab noch niemand die granate geschmissen gehält warum rufst du das dann schreien irgendwo mittig oder sowas im nebenhaus er klettert vielleicht gleich zu dir hoch proben wir mal okay er hat mich tatsächlich gesehen fuck einer mal aus zwei stimmchen liegt besser um kurz durchatmen da du einer ist rechts äh nein ich bin nicht ich ja einer war unten das kann doch nicht sein entscheide ich mich da mal nicht dafür der wollte auf das haus hoch da wo ich sonst immer drauf sitzen müssen wir reagieren ich sag's ja nur die gehen auch schon nach b du hast ihn gerade gesehen ja nicht das ist ein guter call von early lasst es auf jeden fall weiter wird richtig sein kundern ich freue mich schon wieder auf weihnachten weihnachten die kannst du mal die fresse halten ok nein sehr schön geh rein das war klar dass da noch eine claimer liegt die war bei b komm schon das ist nicht dein ernst ja ich tüms einen hab ich jetzt zwar abgenommen aber die drei waren gut und mein messer geflextet noch einmal geschossen und dann abgeschmissen ja mein messer ging in die falsche richtung und zerstöre das ziel zerstören wir gucken aaaaaa early einer ist auf dem weg nach A hat Hits einer ist schon im Haus mit und bei ist eine die naid ist falsch geflogen feindliche drohne gestartet feindliche drohne yo läuft er hat er auf dem dingens haubertreppe ja ist er. Oh, ich bin down. No. Nice. Gute Drohne. Er hat halt hart abgecampt. Ja, wir hatten keine, die hatten keine. Aua. Diese Party-Effekte dazu, ne? Binde ist Feuerwerk, nur teuer. Denn die Mine kostet viel Geld. Leider Gottes. Nein! That was a close one. Daxe ist durch. Unten im A-Haus. Das aus, das merkst du jetzt aus. Ja, im Haus. Hab die Bombe bei mir. Einer ist noch auf dem Weg zum A-Haus. Beide jetzt da. Treppe. Einer drin, einer draußen. Ah, der eine hängt auf der Treppe. Dalle würde mal auf dem Dach wahrscheinlich wieder rumgammeln. Hey. Das ist nur Deko, oder? Ne, ich glaube nicht. Komm schon. Komm schon. Okay, Ehrlich, Ehrlich. Du hast noch einen Weg in der Welt. Du kannst hier, ist das Deko? Ne. Ehrlich ist halt vollfleisch zwischen A und B. Keine Ordnung. Geht so aus, oder? Ich weiß es nicht. Das ist ein Mövenbrust, glaube ich beinahe nicht. Das ist nicht im Herz. Warum stirbst du denn nicht? Das ist mal so nachgelaufen. Weitemst ist halt schon gerade nachgelaufen. Wir haben diese Runde verloren, aber es ist doch nicht vorbei. Bereit machen. Sehr gut. Boah, es ist aber ein hartes Match. Wände sind nur eine Illusion. Und die Reaktionszeit ist super. Ne, ich hatte halt gar keine. Konstante Leistung, 7-7. Alles in Ordnung. Wär schön, wenn das ganze Team so gut wär. Ich wusste doch. Was spawnen wir denn hier? Ich sag, ein Spawn ist neu im Vergleich zum Normal. Ne, der B ist Spawn. Ja, es war ja doch Funnel. Nein. Das hab ich gerade gesehen. Lade nach. Brauch dich, Junge. Er ist direkt beim Crash. Ey, lass dich. Ich hab deinen behinderten, dreckigen, vierkigen Schädel gesehen. Das ist nicht Minecraft, oder? Ja doch, das ist so... Irgendwo. Mitte. Keine Ahnung von wo. Das kann nicht sein! Doch, du bist ja tot. Achso, ich hätte mich auf Early-Buy verlassen müssen. Ich hab voll aufgehalten, Alter. Nicht zu B gelaufen. Wird aber wahrscheinlich nicht für B sein. Oder er ist Dächer. Er plantet und geht dann aufs Dach. Ne, er plantet dann wieder irgendein Gebüsch. Der Busch. Der Busch. Hm. Nice. Ok, geht noch nicht so nice. Ähm. Ja, Claymore, Claymore. Denk dann. Die Zeit wird knapp. Der muss oben drauf. Der Sack. Auf der anderen drei Bündnis ist auch noch einer, ne? Heißt, der ist in der Mitte, ok. Alter, die Leiter runterklettert ist aber auch scheiße. Er ist schon auf B unterwegs. Kommen wir von dem Dach nicht runter, ne? Ja, die Leiter geht ja irgendwie nicht. Wie sieht er dich? Wie sieht er dich? Wenn ich jetzt... Ja, ich muss... Ja, ich muss auf Zeit... Das hört sich auch so hoch auf den Leiter. Du hast... Wenn du in die zweite Etage kommst und da aus dem Fenster springst, überlebst du das. Ja, aber wie soll ich in die zweite Etage kommen? Ich muss ja auf ihn zu rennen und dann springen oder so. So schnell konnte er da nicht runter. Ja. Also zumindest nicht ohne wirklich runter zu springen und dann hätte ich ihn gehört. Ich hätte ja den Leiter nicht gehört. Dann wärst du mir irgendwie durchs Bild gelaufen wahrscheinlich. Leider kannst du auf jeden Fall auch runternehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, du wärst mir das Bild bekommen irgendwie noch. Rally down, Alter. Genau. Hurli der Gorilla. Hab schon an, was da viel zu tun, wenn ich dir das Video desloggen muss. So leh. Kundern ist auf der Treppe. Ah, erste Etage. Toll, Leute. Nicht die Bombe. Early? Ja. War das deine? Die war aber nicht... Die war nicht auf dich. Ich hab das selbst gehört. Unser Team hat sich übrigens keiner bewegt. Da du jetzt grad Zeit hast, Kundi, guck doch mal, ob das passt. Ja, geht. Ich hab die Runden davor schon geguckt. Gut zu wissen. Das ist mein Sekunden dran. Ist geil. Also geht die Leiter oder geht sie nicht? Also die Leiter geht nicht. Nee, es geht um ihren Dings und die Brotten. Kommst nicht raus, erst hättest du dich mit nem Arsch dort hingestellt. Äh, immer noch auf deren Seite, in deren Base. Ich glaub, er weiß nicht wie er ist. Die funktioniert. Leiter funktioniert. Granate. Oben links, im Fenster. In dem kaputten links. Ja. Erst vorm A-Haus. In der Mitte beim, äh, Flugzeugabstoß ist er. Gute Arbeit Team. Ich hab ihn erst überhaupt nicht gesehen. Nein. Da siehst du nen NDR nicht mehr. Biu, 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 biu. Biu, 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 biu. Das Ziel verteidigen. Weggucken. Keine Ahnung wie das jedes Mal passiert. Oh nö. Ich bin top. Oh man. Oh. Ja ich musste mich genauso wegdrehen. Das war ein Teamkill. Im Haus waren Klamers gesetzt. Ich hab dich gerade geteilt. Oder was. Die Bombe wurde platziert. Ein Auto ist explodiert. Die Clamer ist kaputt schon mal im A-Haus? Alles cool. Oben auf Dach, oben auf Dach, oben auf Dach! Also komm ich mit der Clamer nicht. Er war direkt ganz oben. Ist er auf der obersten Etage oder auf der obersten Etage? Ja, ja, da war zwei Gegner. Was? Willst du mich trollen? Du musst ihm helfen. Auf der Außen Treppe low. Ja. Oh, das ist hier irgendwas noch ne Clamer. Alles gelöst. Auf der Treppe. Ich weiß wohl nicht wie er mich messern konnte, aber... Das ist ne Katze. Der kommt mit der Etage, ist rüber gesprungen. Was ist denn da? Es sieht geil aus, lass ihn. Ich hab ihn gemessert. Wie hat die Person auf der Treppe die Granate überlebt? Ich war draußen auf der Treppe. Ja, ja, richtig. Genau da ist die Granate gelandet. Ja, aber du weißt ja nicht, wo auf der Treppe ist. Genau in der Ecke. Gestecke, wuuu! Will das neueste Playmobil-Set. Suchen und zerstören. Wie ist er da? Das Ziel zerstören. Da war ich mir so sicher, dass das ein Kill wird. Wir haben die Bombe! Hast du geraten, dass ich da sitze oder was? Ne, ich hab dich gesehen, wie du da hingegangen bist. Granate! Ich hab dich auch gerade gesehen. Er hängt mal mit einem Fesseln in der Mitte, rechts von dem Flugzeugabstürze. Boah, unten im A-Haus schon jemand drin. Ja! Du hast ihn doch gesehen. Im A-Haus ist immer noch einer gewesen. Den hättest du sicher haben müssen. Lachse! Ja! Lachse! Jaaa! Boah, endlich bin ich weg. Genau. Wo siehst du von mir abhören. Was ist denn? In der Mitte runtergesprungen im Dach. Feindliche Drohne gestartet! Alter, ist klar. Kann man die drohten? Fuck you. Ich bin der letzte. Eins gegen eins. Wen haben wir? Der Alu. Ja, kann ein lustiges Match werden. Er hat ne Drohne übrigens gerade. Ich weiß. Deswegen sag ich ja lustig. Wenn wir uns auf Diesel, hab ich ne Diesel oder mein Gott? Ne, ich hab leider keine Diesel. Ne Diesel. Merkst du das? Das meh ich! Das kommt noch von drin. Das hätt ich aber auch nicht verstanden. Was denn? Ne, die... Du warst zu nah. Ne, aber... Das ist... Machen wir jetzt die Ringelbeats mit anfassen, oder was? Ne, eigentlich nicht. Ich warte darauf, dass du die Bombe legst. Ne, ich such dich. Ich bin auf deiner Ebene. Auf meiner... Ich weiß schon, auf meiner Meta-Ebene. Ne, ne. Das steht rechts auf dem Tisch, wo ich stand. Ne, stimmt. Ich seh dich da. Was läufst du da wieder in der Mitte rum? Geh doch nicht runter. Du musst an die Bank auf alle. Ach so, da ist er. Da war auch nichts. Ich seh nicht. Auf dem Balkon. Ne, ist mir nicht. Wie kommt man da denn drauf? Ich hab's denn noch nicht gesehen. Ich bin die ganze Zeit auf der Meta-Ebene. Sag's dann immer von links nach rechts an den Fenstern von draußen. Richtig. Wie kommt man auf den Heli drauf? Oh, das ist ein Geheimhaar. Ich hör mich daraus. Ich war auch grad sehr erstaunt, wie er das gemacht hat. Oh, er ist nicht tot. Was? Du hast so einen nervigen Charakter, Alter. Juhu! Der Endgame ist irgendwie auch nicht so besonders toll. Ja, die... Irgendeiner hat so ne... Der Kranade! Early kommt da... ...so ne Ratte in der Mitte durchges... ...an Mülltonen vorbei. Hallo, hinter dir. Oh Mann. Bei B liegt die Bombe übrigens Jungs, ne? Ihr wisst das schon, oder? Early. Oh Mann. Ich war halt direkt losgelaufen. Ja, Early war halt AFK, ne? Ich hab nicht gecheckt, dass auf B ist. Oh, shit. Hat doch... Da hat doch Streitmann gesagt. Wenn irgendwie im Fokus ist... Ich dachte im ersten Moment, dann sagt er einfach nur als... ...als Dinge zur Ablenkung. Bis mir dann bewusst wurde, dass Stopp ist bei Erz. Er wurde auf den Bomben-Spot getötet. Oh, Kondran. Das ist unhöflich gewesen. Alter. Das Full-Tash zu überleben war nicht nett. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn einfach nicht. Ich war halt leicht geflasht. Ja, aber... Hier wird noch hart gesprengt, ey. Okay. In der Mitte, an den Säulen. Ach so, du schau. Und du Arsch. Du, 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 äh, Jingle Pels. Hä? Jingle Pels. Jingle... Oh, der war gut. Die ganze Zeit umrundet in dem Gebäude. Go, go, go! Hau rein! Du, 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 du... Ich bin eh nicht am Bombenplatz. Oh, oben auf dem Dach ist einer. Okay, das ist tot. Das war mehr als einer. Ja, auf dem Dach war nur einer. Ja, ja, schon klar. Aber das meinen wir so. Auf einmal alle Rohre feuern. Langsam verschwindet er nach hinten beim Schießen. Leute, konstant. Das ist wichtig. Das Ziel verteidigt. Tut mir leid. Quatsch, alles cool. Mitte, unhöflich. Weggucken. Einer im A-Haus, einer tot. Einer durch, Mitte durch, geht A rein vielleicht. Einer ist unten im A-Haus. Hab ich schon gesehen. Die Bombe wurde platziert. Er ist Richtung Wäldchen unterwegs, ja. Boah, die entschärfen. Ihr müsst los. Ja, ja. Wir gehen los. Wir sind gleich da. Wir sind beide schon tot. Achso. Wow. Wir haben die Bombe gesehen. Hast du nicht gewonnen, dass du den Gegner zugucken kannst? Das Ziel verteidigen. Das Ziel verteidigen. Er sieht Early defusion. Hey, 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 hier. Der defused. Ja, aber man kann ja doch meinen, dass Early zu uns ist. Nicht unsere Bombe werden schärfen. Oh. Oh. Ja, das war wunderschön. Soll ich mich selbst kehren, damit er keine Drohne bekommt? In der Mitte irgendwo. Wir haben ihn gesehen. Haben ihn getroffen. Wichser, ich hab dich getroffen mit der Nate. Er ist nach oben gelaufen. Ich hab so gemessert, ey. Ich hab unsere Reduzungen mitbekommen. Klub. Da ist er. Da unten. Hä? Was? Ganz genau so ist das passiert. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das genau so passiert ist. Rattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt Oben im Haus? Oben im A-Haus? Leider nicht. Oben im A-Haus oder oben auf dem Dach? Ich dachte er hat's nicht gesehen. Doch doch, der war da. Hab auch Radar gesehen. Radar? Ist nur noch ALU-Karte oder? Ja nur. Aime das doch weiterhin ab Early, ja genau. Aime weiter ab Early. Es gibt jetzt bei Rewe 250 Autofunkte. Er ist immer noch im A-Haus Leute. Early, du solltest... Ja, ich gehe ja schon. Er ist immer noch drin. Könnte unten jetzt raus sein. Okay. Haben ihn noch gesehen. Da war ein schöner Headshot. Ja, 16 Teak Headshot. Ich war nämlich schon lange weg. Ich hatte die ganze Zeit meine Löffel am Hals. Ich dachte er hätte schon hinten rausgehen können. Weiß nicht. Ne, da war ich ja. Aber ges мог ja gesagt. Ich hatte Liter Löffel. Das hat mir das Auto getan, Alde. da ist eine mitte junge verreckt doch nicht mehr daneben schießt es ist nicht daneben die es macht blub ja dann fliegt das ding ich erkläre dir das kurz und wenn das aufschlägt ja da sind das splitter drin ja und das zerrumpft und das 40 mm und so da kannst du dir vorstellen wenn es das zerrumpft da ist im umkreis so von zwei metern alles weg ja aber wenn es nicht explodiert es ist ja explodiert dann ist ja explodiert aber irgendwie ist die granate ist mir aber auch ziemlich egal gerade ja ich finde das sollten wir auch die ist wieder an sein schwanz abgeprallt oder am schwanz karte naja nicht da ein tiefer ja so hell hier oder das ist logisch dass die lampe die ausschießen kann er wird das schon lange nicht mehr sein hör doch auf early score ist der beste heute im team in den nebenraum wer hat mich erschossen das war von der anderen seite ich dachte du hast die nate da gerade reingeschmissen deswegen bin ich schnell vorbeigesprungen und er lebt natürlich noch natürlich lebt er noch natürlich warum auch nicht so todsicheres dinge ja wo wirst du da hier bin weil ich dich da reinlaufen gesehen habe was denn ich war sein alle bei a rüber zu b ja noch sagte ja links war Ich werde gleich gemessert, habe ich keinen Wack drauf. Muss nicht runter gehen, ich würde oben bleiben. Er klebt wieder am Helikopter. Wahrscheinlich ja, hast recht. Nicht runter gehen. War er wirklich da? Andere Pose sie. Ich dachte, die Bombe wäre platziert gewesen. Wo ist denn das? Da gucke ich auch immer rein. An der Berater uns halten. Also, die Tür. Unten links. Ich wusste nicht, dass du die Pose nicht kennst zurück. Warten wir vor uns entdeckt. Bombe fehlt. Kannst du die vorher auch noch nicht drin ran, weil ich sitze da ja regelmäßig. Doch, doch. Ich wusste nur nicht mehr 100% wo das ist. Leute, ihr macht es mir nicht einfach. Nö, nennt er sie halt, ne? Setzt du uns sogar zur Hoffnung nur an dich? Oben auf dem Dach, wo Dalu sonst immer hockt. Junge, f*** dich doch mal. Hä, ich denke du bist tot. Nee. Warum sollte ich tot sein? Du hast doch gesagt, der macht es mir. Hä, wer ist denn das korrekt? Oh, shit. Ich finde, das ist krass. Du schätzt die Waffen halt voll, dass die halt 8 Minuten schießen können, ohne nachzuladen. Ja, ja, ja. Und komm, das Magazin ist schon leer jetzt. Da, jetzt habe ich nachgeladen. So komm, anstreng jetzt. So, jetzt Jungfinger, zwei Kicks. Ich warte jetzt auf den Teamkirr. Den komm als letztes. Einer Mitte Richtung Heli. Hat einen Hit. Einen habe ich drüben bei A getroffen. Bam, bumm, tschschsch. Ah, hat mich gesehen. Scheiße. Der ist unten drin. Ich habe gerade die Runde gezündet. Ah, wo ist denn? Der ist vorbei. Gib auf Katze. Komm Altym, zul die Runde. Nach so einem Satz musst du die Runde holen. Hopp. Ey, was? Ey, warte mal. Schade. Der erste war schon in den Rücken. Wer kommt da? Ich war aber auf Saktze ausgelegt. Ich habe alles gegeben. Mehr war nicht drin. Ja, war zu schlecht. Kann man gar nicht sagen. 30 Kills habe ich gehabt. 29. Hättest du mal lieber 34 gehabt. 29 ist ja nix. Wenn ihr euch gefahren habt, Leute. Lasst ein Like der Show auf jeden Fall. Tschüss. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.